Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Vor kurzem habe ich ein Video veröffentlicht, so essen wir reife Früchte von Jurassic Food und in diesem Video habe ich euch einige südliche Früchte aus Spanien und einige tropische Früchte aus Thailand von Jurassic Food vorgestellt. Ihr hattet auch die Möglichkeit im Rahmen dieses Videos, dieser Vorstellung der Früchte, eine Entdeckerbox von Jurassic Food zu gewinnen. Hier an dieser Stelle nochmal ganz ganz herzlichen Dank an Jurassic Food für die Bereitstellung des Gewinns und vor allem auch für das tolle Testpaket mit den vielen tollen reifen Früchten. Ihr habt reger teilgenommen, ihr habt ganz viel kommentiert und an meinem Video auch ganz herzlichen Dank für euer Feedback zu diesem Video zur Vorstellung der Früchte. Per Zufallsprinzip habe ich eine Gewinnerin ermittelt. Diese Gewinnerin heißt Annika am Rhein. Ganz ganz herzlichen Glückwunsch, liebe Annika. Bitte setz dich mit mir in Verbindung und in der Infobox bzw. im ersten angepinkten Kommentar findest du meine Kontaktdaten. Bitte setz dich mit dir in Verbindung und dann bekommst du bald von Jurassic Food die Entdeckerbox zugesendet. Für all diejenigen, die jetzt nicht gewonnen haben, besteht nach wie vor die Möglichkeit, auf euren Erstkauf bei Jurassic Food 10% Rabatt zu bekommen. Ihr findet unten in der Infobox bzw. auch im ersten angepinnten Kommentar den Rabattcode. Den könnt ihr dann eingeben, wenn ihr bei Jurassic Food das erste Mal bestellt und erhalte 10% Rabatt auf euren Einkauf. Ich komme jetzt zum zweiten Teil dieses Videos und beziehe mich damit auch auf den zweiten Teil des Titels dieses Videos. Wir befinden uns gerade auf Sardinien. Wir sind am 8. Oktober nach Sardinien geflogen. Mit wir meine ich meine beiden Jungs, unseren lieben Freund und Mitbewohner, den Henry und mich. Der Henry hat vor zwei Jahren, für zwei Jahre auf Sardinien gelebt und gearbeitet. Und 2016 haben wir ihn insgesamt fünfeinhalb Wochen auf Sardinien besucht und waren dann meistens in der Nähe von Cagliari, also ganz im Süden. Diesmal wollten wir uns eine ganz andere Gegend anschauen, wo ich mit meinen Jungs persönlich vor zwei Jahren auch nicht war. Und zwar ist das so eher der Südosten. Wir haben uns eine Unterkunft in Capo Ferrata gemietet. Als wir uns am Montagabend ankamen, war alles in Ordnung. Das Wetter war auch in Ordnung. Am Dienstag waren wir in Cagliari. Auch da war noch alles in Ordnung. Es gab mal ganz kurze Regenschau, aber dann kam die Sonne ganz schnell wieder. Dienstagabend waren wir wieder in unserer Unterkunft in Capo Ferrata und da begann es schon stark zu regnen. Und irgendwann setzten auch Gewitter ein. Also wir haben ja alle schon mal Gewitter erlebt. Aber was ich noch nie erlebt habe, dass es die ganze Nacht durchgewittert, durchgeblitzt hat und es Starkregen gab. Also ich konnte in der ersten Nacht auch überhaupt nicht schlafen, weil trotz geschlossener Fenster war es unglaublich laut. Also die Blitze haben auch immer irgendwo hier in der Nähe unserer Unterkunft eingeschlagen. Es hat so dermaßen gedonnert und geblitzt, das habe ich noch nie erlebt. Und der Starkregen machte so Geräusche, dass es unmöglich war, wirklich für eine längere Zeit am Stück tiefenentspannt zu schlafen. Und auch der Mittwoch gestaltet. Es handelte sich so, dass es ziemlich stark regnete, ab und zu blitzte und donnerte es. Aber es regnete an dem Mittwoch vor allem stark. Und immer wieder seit Dienstagabend fiel der Strom aus. Und am Mittwoch war es dann auch so, durch diese immensen Wassermassen, die in dieser Region herunterkamen, wurden fast im ganzen Ort die sanitären Anlagen geflutet. Also bei der Dusche kam das Wasser hoch und schwappte ins Bad. Dann auch bei der Toilette kam das Wasser hoch. Oder wenn wir uns im Bad die Hände gewaschen haben, ist das Wasser nicht mehr abgelaufen. Auch in der Küche, wenn wir irgendwie Geschirr abgespült haben, ist das Wasser nicht mehr abgelaufen. Und manchmal war der Strom wieder kurz da, dann war er wieder weg. Also immer dieser Wechsel Donner, Gewitter, Massen an Regen und Sturm draußen. Wir konnten ja auch nirgendwo anders hinfahren. Und dann hatten wir die sanitären Anlagen, waren eben nicht wirklich zu benutzen. Und draußen stürmte es, es donnerte und blitzte. Man hätte sich auch nicht unbedingt in die Natur verziehen können. Das war alles ein bisschen heikel und kritisch, weil wir auch das Gefühl hatten, dass es auch immer in unmittelbarer Nähe donnerte und blitzte. Da hatten wir dann auch ein bisschen Sorgen, rauszugehen. Und Mittwochabend war es dann noch so, ich wollte für meine Jungs Essen kochen. Wir hatten einen Gaskocher, also so ein Gasherd. Wir hatten Kartoffeln auf dem Herd, grüne Bohnen und Blumenkohl. Und dann noch wirklich nach diesen ganzen Dingen, Stromausfall, Sturm, Gewitter, nicht wirklich schlafen können, fiel dann auch noch das Gas aus. Und wir konnten kein Essen für die Jungs kochen. Ich hatte auch noch ein bisschen Brot dabei oder Brötchen und einiges, was sie essen konnten. Nussmoos, also sie sind an diesem Abend nicht mit leerem Magen ins Bett gegangen. Aber es war schon wirklich ein bisschen bedrohlicher Zustand, weil es war draußen wie Untergangsstimmung. Es blitzte, donnerte, Massen an Regen, Sturm. Wir saßen dann irgendwann im Dunkeln. Und was noch wirklich dem Ganzen so die Krone aufsetzte, mein Jüngster bekam dann am Mittwochabend Fieber. Wir hatten keinen Strom. Die sanitären Anlagen waren in einem kritischen Zustand, kaum zu benutzen. Und dann fieberte mein Jüngster auch noch. Ich hatte auch kein Licht. Er wacht halt auch ganz oft nachts auf und möchte trinken. Das hat schon gut funktioniert, aber ich konnte ihm nicht mal ein bisschen Licht anmachen. Auch die Akkus von unserem Smartphone und Laptop waren fast bei Null, weil es schon seit Dienstagabend Stromausfall gab und wir nicht die Möglichkeit hatten, großartig die Geräte aufzuladen. Also es war schon eine sehr grenzwertige Erfahrung. Und wir haben uns dann entschieden, mit Donnerstagvormittag erstmal unsere Unterkunft zu wechseln. Und dann sind wir nach Portopino gefahren. Das liegt im Südwesten. Da sind wir jetzt auch gerade aktuell noch. Und wollten dem einfach mal entkommen. Wir hatten nach wie vor keinen Strom. Der Strom sollte Donnerstagabend, Donnerstagnacht zurückkommen. Wir werden am Samstagabend auch wieder nach Capo Ferrata fahren. Und ich bin gespannt, wie der Zustand des Hauses ist oder auch der sanitären Anlagen und auch wie es mit der Stromzufuhr aussieht. Also es war wirklich eine ziemlich verrückte Situation. Und jetzt sind wir hier in Portopino, genießen die Sonne. Es ist gerade sehr, sehr warm hier. Wir haben eine richtig schöne Unterkunft mit einem Blick aufs Meer, auf die Berge. Und so war ja der Urlaub auch geplant. Ein bisschen Entspannung, ein bisschen Rückzug und Stille. Da habe ich mich ja so auf die Stille gefreut, auf die Natur. Das ist ein Capo Ferrata auch gegeben, wenn es keine Unwetter gibt. Das war, also ich kann das gar nicht so wiedergeben, was es für eine krasse Erfahrung war, wenn das so fast 24 Stunden am Stück glitzt und donnert. Und richtig, richtig laute Donner und richtiges Prasseln von Starkregen und dann noch Sturm. Niemand weiß, jetzt solltest man vielleicht Licht anmachen oder so. Und jetzt gehe ich mal, oder ich mach mal die Tür auf. Es regnet schon seit gestern Nacht und wir haben Stromausfall. Ja, guckt. Warte, 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 hier ist Lichtschalter. Das kann man nicht erkennen. Oh, nee, warte, das ist irgendwie so eine Krasse. Hier, komm, jemand, komm mal, komm mal, komm mal. Hier ist Lichtschalter. Kann man vielleicht etwas erkennen? Guck mal, hier ist der Lichtschalter. Hier erkennt man nicht. Also da ist draußen und hier ist vier Bläste. Und ich glaube, in Deutschland ist besser, besser, besser. Wetter. Ja, warte, warte, warte. Ich mach mal die Tür auf der Richtung, die kann dann ja besser. Ja, möglich. Aber viel lauter. Vielleicht war es fast gar nichts mehr bei uns. Ja. So, das war es erstmal von uns. Wir werden heute noch den Tag hier in Porto Pino genießen. Meine Jungs sind hier gerade im Pool zugange. Wir haben hier vor der Unterkunft auch einen Pool mit Blick aufs Meer. Ich bin ja nicht so der Pool-Fan. Wir werden jetzt auf alle Fälle noch zum Meer gehen. Hier soll es sehr schöne Strände geben in Porto Pino. Da freue ich mich auch auf alle Fälle. Werden wir uns heute noch den Tag hier ausklingen lassen. Und morgen, im Laufe des Tages, geht es zurück nach Capo Ferrata. Und ich schätze, dass wir uns dann auch dort in der Gegend oder dort um Capo Ferrata herum auch noch eine schöne Zeit machen. Uns einige Orte anschauen, die Strände anschauen. Ich will auf alle Fälle in die Berge. Die Luft in den Bergen und am Meer finde ich einfach so erhörsam. Also ich suche auf alle Fälle die Stille. So als Großstadtmensch. Ich wohne ja im Süden einer Großstadt. Da genieße ich immer die Natur. Und die haben wir hier. Es ist wirklich Stille. Man hört eigentlich nur Grillen oder Vögel. Auch in Capo Ferrata war es sehr, sehr ländlich, sehr ruhig. Und ich freue mich hier einfach auf noch eine entspannte Zeit nach diesen zwei Tagen Unwetter. Aber wie heißt es so schön, was mich nicht umhaut, macht mich stark. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Video. Eure Silke.